Und dann Moinsen zu den VfB News, die hier wieder auf den ersten Blick gar nicht mal so viel aussehen. Wenn ich meinen Google Chrome hier angucke, die Tabs hier oben sind, wirkt es gar nicht so viel, aber da kann ich mich auch wie immer täuschen, weil trotzdem unbedingt nochmal eine VfB News Episode hier reinhauen. Einfach weil hier auch Sachen dabei sind, einfach schon einen Ticken länger her sind natürlich und wenn ich jetzt noch länger warte, hast du irgendwann dann Gerüchte von Anfang Juli, dann irgendwie sieben Wochen später. Das ist natürlich auch ein bisschen Quatsch. Trotzdem aber auch interessante Sachen dabei. Wir fangen an mit Transfergerüchten, die natürlich jetzt auch so ein bisschen abgelassen haben. Der Kader steht weitgehend, deswegen ist es hier auch gar nicht so eine große Abteilung heute. Berisha war halt ein Quatschgerücht aus der Türkei, da war absolut nichts dran, dass der von Fenerbahce zu uns kommt. Und wer vielleicht doch kommen könnte, wo es aber auch nochmal ziehen wird, ist Jakov Medic vom FC St. Pauli aus der 2. Liga. 33 Jahre alt, Kroate Innenverteidiger, wäre eine absolut wichtige Position, da brauchst du noch Backup, da brauchst du Leute, die unsere Stamminnenverteidigung mit Anton, Mafropanos und Ito eben ergänzen und eben auch herausfordern. Er wäre einer, der hat das Talent auf jeden Fall, ist da absoluter Stammspieler bei Pauli, deswegen wollen sie ihn halt auch nicht abgeben, ist auch ganz klar. Wir haben wohl 2 Millionen plus Boni geboten, das ist denen zu wenig, die wollen irgendwie 4, 5 Millionen haben. Könnte sich ziehen. Wir haben ja ein anderes Bild auch oder ein Vergleichsbild gehabt mit Wagnoman, das ist ja auch lange gezogen. Auch ein Hamburger Klub könnte ein bisschen dauern, wenn wir ihn überhaupt bekommen würden. Wenn wir dann irgendwann haben, offiziell haben, natürlich noch ein extra Video von mir mit noch mehr Infos zu Karriere und so weiter. Oder wie ihr es halt kennt, so von den Transfervideos, ne? Klare Geschichte, Czujinov ist kein Thema mehr bei Schalke, das ist Nummer 1. Generell sollte eigentlich kein Thema mehr bei irgendeinem Klub sein. Burnley wurde noch reingeschmissen. Premier League Absteiger, also in der zweiten Liga spielen die da, da fiel eine Summe von 5 Millionen. Aber gleichzeitig fiel da eben auch, wie sich halt die Lage aktuell darstellt. Er ist top reingestartet bei uns, wittert seine Chance bei uns, hat sie auch bekommen. Auch gegen Leipzig eingewechselt worden und fest eingeplant. Also ich wüsste nicht, worum er gehen sollte. Trotzdem, auch hier nochmal ein aktuelleres Gerücht, tatsächlich von, ja, nach dem Spiel mehr oder minder, dass auch der RSC Anderlecht starkes Interesse haben soll an Czujinov. Können sie von mir aus auch haben? Aber keine Ahnung, so, warum sollte Czujinov gehen? So, weshalb? Also außer da bietet irgendwer eine Mondsumme. Die 5, die aufgerufen wurden, finde ich auch schon, ja. Also ich weiß gerade, sein Marktwert ist nicht auswendig, ne, aber das klingt schon nicht verkehrt, wenn man davor irgendwie von 1,5 und 2 Millionen bei Schalke rumgebuhlt hatte in den Gerüchten, irgendwie, wenn ich mich richtig erinnere an die Summen. Aber es gibt für mich keinen Grund, den abzugeben. Merkst du auch vorne wieder mit so vielen Verletzungen brauchst du diese Breite. Und wie gesagt, auch Anderlecht, weiß ich nicht, klar, cooler Klub so, hab nichts gegen Anderlecht, aber, ja, warum soll Czujinov wechseln? Also das würde mich wirklich komplett wundern, deswegen machen wir auch direkt weiter. Hier noch ein Tweet, der schon einen Ticken länger her ist von einem User, der hier ein paar, ja, Abgangskandidaten genannt hat. Clement bleibt Abgangskandidat, Avuccia auch, Klimovic auch. Da wartet man irgendwie so ein bisschen drauf. Ich sag's euch, wie es ist, ich bin ja immer vorbereitet, ich hab da auch schon seit Ewigkeiten das Skript quasi fertig, dass der seine Laie oder doch den permanenten Transfer dann irgendwie nach Elche macht, dann nach Spanien, hab ich schon ein Dokumentskript, Wörterteile schon da. Es tut sich doch irgendwie nix, aber ich glaub, da gibt's schon einen Markt für. Bayers ist hier drin, der wird ja schon aussehen. Fahir, klar, jetzt auch noch, ist er noch aktuell verlässt, bin mir grad gar nicht sicher, aber halt auch, ja, schwierig jetzt, auch Pfeifer gekommen, weiß ich nicht, ob der noch eine große Rolle spielt gerade. Muller ist hier drin, das könnte Überraschungen werden, also im Sinne von, der geht nicht mehr, weil er hat jetzt auch jetzt bei uns schon gespielt, jetzt gegen Leipzig auch, sich das auch 100% verdient in Eins, das ist auch gut gespielt nach Einwechslung, fand ich. Da hieß er immer so ein bisschen, ja, Heimweh nach England zurück vielleicht, aber ich glaub, nee, seh ich nicht mehr. Deswegen so ein bisschen Überraschung, weil Muller Ewigkeiten verletzt, ein bisschen abgeschrieben auch. Ich glaub, der wird doch noch mal eine wichtige Rolle haben diese Saison, als man vielleicht gedacht hätte. Kuhol steht da auch mit drin, natürlich auch Aydonis. Mal gucken, ne, Transferplatz ist noch lange genug offen, bis zum 1.9. ist klar, aber scheint so, als gäbe es da irgendwie gefühlt keinen Markt. Also du kannst mich erzählen, dass du nicht den Clemens schon längst irgendwie, da ist ja auch dann nicht viel Geld fällig, nach, keine Ahnung, Hannover, Paderborn oder sowas verkauft bekommst. Also keine Ahnung, bei Avuccia und Aydonis ist, glaube ich, der Markt wirklich hart. Aber mal gucken, wie viele von den Leuten, ich will es gar nicht so abwertend sagen, aber rein von der Kaderstruktur, von der Qualität, von den Spielen her, wie viele da noch wirklich loswerden, mit in Anführungszeichen gesetzt, bis dann Transferfenster zu Ende ist. Kurz noch ein bisschen Jugend, VfB Nachwuchs hat einen schönen Spiel abgesetzt gehabt, mit so Ordnerstrukturen, also VfB Nachwuchs, machen wir auf, Vertragsverlängerung, machen wir auf, Jagen 2005, machen wir auf, und da haben wir schon drei Stück gehabt, Dennis Simon, Samuele Di Benedetto und Laurin Ullrich, Nummer 4 kam dann dazu, auch schon länger her, ich weiß, aber kam dazu, mit Paolo Fritschi, 17 Jahre alt, die Union Nationalspieler, bleibt uns langfristig erhalten und auch sehr nice, wir haben einen Neuzugang für unsere Jugend, nämlich Collins Farnerud, und dann merkt man schon, ja, ach, warte mal, diesen Nachnamen, den kennen wir doch irgendwie her, passt auch, weil sein Onkel ist Alexander Farnerud, der mit uns unter anderem auch 2007 deutscher Meister wurde, den kennt man, den Kollegen, und auch hier zum Ende von dem abteilenden Video quasi, wir haben jetzt drei Jugendspieler mit vertrauten Namen in unseren NLZ, hat auch VfB Jung & Wild gepostet auf Instagram, Nummer 1, Carlo Corrani, Sohn von Kevin Corrani unter U19, wieder U19, eben angesprochen, Colin Farnerud, Neffe des früheren VfB-Profis Alexander Farnerud, und dann U17 ist Efe Korkut, Sohn des früheren VfB-Cheftrainer, Taifung Korkut, und dann, hören wir nicht ganz auf mit Transfergerüchten, aber eben spezifischer auch Spieler, wir es ja auch kennen seit ein paar VfB-Newsfolgen, Borna Sosa, legt man los, auch nicht allzu viel, hat sich ja nicht viel geändert, nicht krass viel neue Gerüchte dazugekommen, aber eben so um ihn herum so, auf dem Markt hat sich was geändert, oder sich was bewegt, sagt man so, nämlich Marc Cucurella, da war ja eigentlich, wenn man so ausspricht, wahrscheinlich irgendwie Cucurella oder sowas, mit dem L, Doppel-L, schöner, irgendwie spanisch, keine Ahnung, da war ja irgendwie lange klar, yo, den will City ums Verrecken haben, den holen sie auch, dann hieß irgendwann, hm, den vielleicht doch einen Tacken zu teuer, und so kommt es jetzt auch, er ist zu Chelsea gewechselt, mittlerweile auch offiziell schon, für wirklich, was ist da jetzt im Raum, 60, 70 Millionen, das ist halt Wahnsinn, City war, glaube ich, nicht mehr als 40 zahlen, wenn ich es richtig im Kopf habe, hätte ich, glaube ich, auch nicht gemacht, also ich habe die Premier League nicht krass verfolgt, aber es ist schon mal, schon ein Batzen Geld für einen Linksverteidiger, der, gut, bei City wäre er vermutlich noch ein bisschen mehr Backup gewesen, als ob es bei Chelsea ist, jetzt auch mit Cancelo bei City, bei Chelsea hat er trotzdem auch Chillwelt auf der Position als Kandidaten, aber, was natürlich hier hauptsächlich rauskommt, will jetzt hier nicht Transparensexperten für Chelsea spielen, aber vor allem interessant natürlich, Chelsea war auch mal in den Gerüchten zu Borna Sosa, die haben die Position gefüllt, andererseits, wo es ja auch immer wieder hieß, dass Sosa wohl auf Nummer 2 steht, auf der Liste quasi von City, wenn sie Kukurella nicht bekommen, was nun ja eingetreten ist, ist natürlich die Frage, ob sich da jetzt noch mehr tut, hier am 3.8. hieß dann an City, die Sosa-Gespräche gestartet hat, hieß es von der BILD, ob da was dran ist, wer weiß, aber wie gesagt, klang ja so durch, wie gesagt, alles nur Gerüchte, aber klang ja so durch, dass Sosa die Nummer 2 ist, wenn sie Kukurella nicht bekommen, das haben sie nicht getan, mal gucken, ob sie jetzt quasi ihren Worten Taten folgen lassen, weil wenn die wollen, dann bieten sie halt die 20, 25 Millionen, die sie halt zahlen müssen, Sosa würde zum attraktiven Klub wechseln, man kann von City halten, was man will, von dem, was dahinter steckt, halten, was man will, aber City wäre ein geiler Wechsel für den Kollegen, wirklich zum absoluten Top-Klub in der Welt, in Europa, mal gucken, ob sich da noch ein bisschen was tut, und in Sachen Ersatz würde es dann zumindest mal Jilmaz nicht werden, der war seit Ewigkeit in Gerüchten bei uns, und mal bei Frankfurt in Gerüchten, der ist mittlerweile auch dann zu den Rangers gewechselt, Glasgow Rangers, Ritwan Jilmaz aus der Türkei, würde nicht unser Backup werden, oder unser Ersatz werden, weil ich glaube, wenn Sosa wechselt, brauchst du auf jeden Fall einen Ersatz, und, wo er auch ganz klein in Gerüchten war, oder zumindest wurde mal der Name getroppt, berühmtes Name-Dropping, war ja auch West Ham dabei, die haben jetzt mit Maxwell Cornet jemanden geholt von Burnley, der ja auch Flügel zocken kann, aber wohl auch, ja, das passt eigentlich perfekt, wie es das Wingback-Ding so links hinten, also die sind eigentlich jetzt auch mittlerweile bedient, und sollten sie denn überhaupt jemals richtig Interesse gehabt haben an Sosa. Mal weiter, von Sosa auf Sascha, das ist eine bekannte Kombi, machen wir auch hier weiter, Kalajcic, hat ein paar Aussagen getätigt, im Gespräch mit Sky, und auch genau mit diesem Ricardo Basile-Kollegen, von diesem Meine Geschichte-Video, oder Videoreihe von Sky, Doku-Reihe, wie auch immer, ich kann mich nicht entscheiden, ob ich zum FC Bayern gehe, die Bayern sollten mich auch fragen, ob ich gehen möchte, und mir ein Angebot machen, und so, und hat da irgendwie so ein bisschen drumherum gelabert, dass gerade der perfekte Zeitpunkt wäre, weil der Stürmer fehlt, und bla bla bla, das kam nicht so gut an, ich finde es persönlich auch nicht so geil, sich da, sich so an, ja, keine Ahnung, sich so den Bayern anzubiedern, weiß ich nicht, muss nicht sein, ich glaube aber tatsächlich auch, dass es jetzt gar nicht so, so krass absichtlich war, ich glaube, es spricht einfach wirklich einfach ehrlich aus sich raus, das schätzen wir auch an Karlajcic, ähm, trotzdem muss man sagen, vielleicht auch viel über den Berater oder so, weil er weiß schon da, was er genau geplant ist, was er genau, wer sagt und wie ausdrückt, ähm, ja, man merkt halt schon so ein bisschen durch, so ganz abgeneigt von Wechsel scheint man nicht zu sein, irgendwie, gerade die Bayern wurden echt oft zum Thema, auch hier nochmal die Aussagen, einfach unglücklich, würde ich es einfach betiteln, ähm, und eigentlich ist halt gar kein Raum da, aber kurz davor, die Doku selbst, oder die Videoreihe selbst, meine Geschichte ist ja mittlerweile auf YouTube veröffentlicht worden, auch mit dem Titel, ich liebe den VfB als Zitat, geht er oder geht er nicht, Sascha galt schon im Interview, da haben sie auch clevererweise, weil dieser Clip mit diesen Bayern-Aussagen, ist ja genau aus diesem Interview-Setting, die man auch im Video sieht, war aber nur kurz rausgeschnitten worden, quasi für, für Transfer-Update und so Geschichten, ähm, der ist tatsächlich im endgültigen Video auf YouTube gar nicht mit drin, haben sie clever gemacht, wahrscheinlich haben sie gemerkt, gut, das kam nicht so gut an, das lassen wir lieber raus, ähm, vielleicht war es auch von Beginn angeplant, das gar nicht mit reinzunehmen, wer weiß es schon, aber auf jeden Fall gut gemacht, deswegen war auch am Ende des Tages das Video angenehm anzugucken, fand ich sehr schön, die Reihe mit Kalajcic, viele schöne Aussagen, ähm, das hat schon gepasst, und eben jetzt das Thema, wo zur Hölle will er denn hin, also wo, wo will er hin, wo ist der Markt, Bayern, Matistel verpflichtet, um das nochmal beim Bayern zu vervollständigen, ähm, wo wir es ja schon angesprochen haben, die werden kein Kalajcic mehr holen, auch hier, wie bei Sosa, bei West Ham auch mal irgendwie genannt worden, die haben ja mit Scamacca einen teuren Transfer geholt, ein Riesentalent aus Italien geholt, da ist auch kein Bedarf mehr, Manchester United auch immer noch in Gerüchten gewesen, oder immer noch in Gerüchten, wie auch immer, wie bei Sosa auch, ist bei Kalajcic schon lange, schon ein bisschen Stille, was Gerüchte angeht, ähm, selbst für so Twitter-Gerüchte-Verhältnisse, ist er echt still geworden, ähm, Nummer 1, Ronaldo findet auch gefühlt keinen neuen Klub, also könnte so oder so bleiben bei Man U, dazu jetzt auch ganz, ganz wilde Gerüchte, ähm, sind die scheinbar an Marco Arnautovic dran, der aktuell bei Bologna spielt in Italien, ähm, und könnten damit auch die Rolle auffüllen, mit einem Landsmann tatsächlich von ihm, wenn das denn so kommt, das sind noch Gerüchte bisher, nichts Näheres, gab noch keine Here we go confirmed von Fabrizio Romano auch, aber er hat schon berichtet, ähm, und deswegen, also ich wüsste gerade wirklich nicht, welcher Klub ihn will, ich hoffe, oder ich glaube und hoffe, dass Kalajcic dann auch, ohne jetzt Mangala angehen zu wollen, einfach auf Teufel komm raus wechseln will, und am Ende dann irgendwie am 28. August, dann zu Brighton wechselt, oder so, um Quatsch nach England, also das hoffe ich wirklich nicht, so macht es aber auch nicht den Eindruck, auch jetzt rund ums Leipzig-Spiel, war ja von Beginn an in der Startelf, dann auch auf der Bank nochmal auffällig gewesen, äh, Vollgas gegeben, Leidenschaft gezeigt, ähm, in der Nachspielzeit sogar noch, wer war es, glaube, Nienrichter oder sowas, war in den vierten Offiziellen irgendwie angegangen, angegangen quasi, war voll dabei, der Mann identifiziert sich voll mit dem Verein, wie gesagt, die Videoreihe, oder das Video mit Sky war auch echt schön, ein paar Aussagen dabei, ähm, ich glaube tatsächlich, dass Karlajcic, durchaus bleiben könnte, durchaus bleiben könnte, und dann haben wir eben auch das Thema, was hier auch nochmal berichtet wurde, ähm, dass Missentat natürlich, logischerweise, die Aussage getätigt hat, ab September, könnten wir mehr oder minder in der Pole Position sein, im Sinne von, äh, dann können wir über eine Verlängerung reden, weil klar, dann ist Transferfenster vorbei, und das hieß ja immer, das gibt's bestimmt nirgends schriftlich, ne, haben sie bestimmt nirgends eine Unterschrift drunter gesetzt, aber es klang ja durch, dass er bleibt, ähm, und verlängert, damit wir, sollte er nächsten Sommer beispielsweise gehen, auf jeden Fall eine Ablöse bekommen für ihn, und eben nicht, äh, nächstes Jahr nach Vertragsende, uns Ablöse frei verlassen kann, ähm, ist auch sehr, sehr schön auf jeden Fall, die Nummer 1 Ersatz, muss man jetzt eh gucken, weil wir haben ja Luca Pfeiffer geholt, gerne das Video abchecken von mir dazu, ähm, der so ein bisschen die, die, die Konkurrenzrolle schon einnehmen kann, und ihn auch herausfordern soll, auch, wenn er bleibt, ne, das hieß es ja auch schon davor, es ist kein Ersatz, sondern direkt schon eine Ergänzung für uns im Kader, Luca Pfeiffer vorne drin, ähm, 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 wenn wir auch immer in Gerüchten hatten, war ja Dion Beljo aus Kroatien, und da ist scheinbar Gladbach sehr, sehr nah dran, den zu verpflichten, den Kollegen, und da müssen wir einfach mal schauen, ne, jetzt, weil es gleich hier zu was anderem übergeht, kurzes Fazit, Sosa, glaube ich, wird dieser Linksverteidigermarkt schon da sein, da kommt es drauf an, bieten die Topklubs was, beispielsweise jetzt City eben, machen die ernst oder lassen sie es, und auch Sosa ist einer, der sich 100% identifiziert, ich glaube, Sosa und Kaleitsch werden, werden beide absolut nicht dagegen, noch ein Jahr beim VfB zu spielen, glaube ich nicht, das ist so mein Gefühl, ähm, nur glaube ich im Vergleich zu Kaleitsch vor allem, dass Sosa einen Markt hat, und wenn da irgendwas Geiles kommt, oder irgendwie auch von Ablösung, im Klub her was Passendes kommt, könnte uns Sosa durchaus noch verlassen, Kaleitsch sehe ich gerade gar keinen Markt, wie gesagt, außer der macht irgendwo, ja, irgendeine Verzweiflungsaktion, sehe ich bei Kaleitsch tatsächlich eine sehr gute Chance, dass der bleibt, ähm, für diese Saison, dann müssen wir halt nächsten Sommer, nächsten Sommer und sowas nochmal weitergucken, vielleicht ja sogar auch, das darf man auch nicht vergessen, in der Transferperiode im Winter, nach der WM, zu der er ja fährt, mit Österreich, höchstwahrscheinlich, also sollte er im Kader sein, gehe ich mal davon aus, ähm, und da gehe ich einfach mal davon aus, dass die auch wild werden könnte, die Transferperiode im Winter, vielleicht gar nicht für den Winter selbst, aber auf jeden Fall dann auch vielleicht für schon, ja, Geschichten halt schon quasi, yo, wir fahren in den Winter und im Sommer wird es dann fix, ähm, weil du ja wirklich ein langes Transferfenster hast, die in der WM präsentieren kannst, also, da könnte sich auch schon einiges tun, mal schauen, jetzt zum Ende hin, was Gemischtes, weil ich kriege es nicht anders oder besser strukturiert, sage ich euch, wie es ist, ein bisschen dazu seiner, Vertragsverleihung, steht da auch noch aus, ähm, mich gibt es nur hundertprozentig, das habe ich jetzt in drei Jahren oft genug bewiesen, ich kann gar nicht anders, wir verstehen uns alle gut, man hat auch gesehen, dass nach Köln etwas zusammengewachsen ist, das, äh, besprechen wir ganz in Ruhe, ohne Eile und ohne Gefahr, dass der VfB-Spieler nicht mein erster, äh, und ohne Gefahr, dass der VfB-Spieler nicht mein erster Ansprechpartner ist, so rum, also ein bisschen hat, stehen, für mich stehen da auch alle Zeichen auf Vertragsverlängerung, er hat ja schon oft gesagt, oder viele hoffen auf einen Termin, so rund um die Mitgliederversammlung am 11. September ist die, glaube ich, ähm, bei ihm klang schon so ein bisschen durch, dass es vielleicht einen Ticken früh ist, ähm, dass er meistens so ein halbes Jahr, bevor dann der Vertrag vorbei war, verlängert hat, also vielleicht können wir es auch erst, vielleicht wird es ein Weihnachtsgeschenk, was weiß ich, aber ich glaube, dass Missland hat, da auch, ja, rechtssicher bleibt, auch das hier nochmal eine richtig, geile Aktion, Missland hat, auf seinem eigenen Instagram-Account, postet er einen Screenshot von Ricky Palm, einem von den beiden, äh, vom, vom STR-Podcast natürlich, der eben gepostet hat, über 70.000 Menschen wollten sich anhören, wie es mein Missland hat, in einem Fan-Podcast, fünf Stunden lang über Fußball spricht, verrückt, Screentor hat das, packt das in Instagram-Posts und sagt das auch nochmal, mehr als 70.000 überwältigen, der hat niemals gesagt, dass auch nur einer über fünf Stunden zuhört, danke an VfB, STR, Ricky, Sebastian und Juli und an alle, die sich reingezogen haben, einfach ein geiler Typ, einfach ein geiler Typ, so einen darfst du auch schlicht in deinem Verein nicht verlieren, deswegen wäre da eine Vertragsverlängerung so dermaßen wichtig, der nächste, der noch ein Jahr länger hat, aber auch irgendein Thema für eine Vertragsverlängerung würde, natürlich in der sportlichen Leistung, aber ich glaube, mit dem gehen wir erstmal durch dick und dünn, ist Pellegrino Matarazzo, der hat ja noch Vertrag bis 2024 und hier ist das Thema natürlich, dass der jetzt einfach zum Trainerdino wird in der Bundesliga, er wird zum Trainerdino mittlerweile, es ist unfassbar, der ist jetzt, das ist eine vierte Saison, in die er mit uns geht und er ist in der Bundesliga, jetzt der Trainer mit der viertlängsten Amtszeit, auf 1 Streich, Nummer 2 Fischer, Nummer 3 Thomas Reis bei Bochum und hier hat die Bild rausgearbeitet, in dem Artikel hier, seit Matarazzos Dienstbeginn in Stuttgart gab es 43 Trainerwechsel in der Bundesliga und keiner davon auf der Position beim VfB Stuttgart, das ist schon ein halbes Weltwunder, das ist wirklich ein halbes Weltwunder und er arbeitet sich auch bei uns in der internen Amtszeitsliste quasi von VfB-Trainern ganz weit nach oben. 939 Tage ist der Kollege jetzt bei uns schon im Amt, das ist schon brutal, hat damit jetzt, ne fast, also Labbadia hat 987 Tage, die haben hier gelistet, Amtszeiten der VfB-Trainern nach, Meistertrainer Armin Fee in chronologischer Reihenfolge und der, der ja noch vor, Pellegrino Matarazzo ist von der Länge, ist eben Bruno Labbadia, der hat 987 Tage im Amt, dann kommt Matarazzo mit 939 Tagen und danach müsste es tatsächlich Hannes Wolf sein, ja, Hannes Wolf 494 Tage, das ist die Top 3 seit Armin Fee, das ist sehr, sehr wild. Mal weiter, hatte ich kurz schon im Vorbericht drin, zum Leipzig-Spiel, deswegen kein großes Gelaber hier drumherum, VfB modernisiert seine Club-Medien, sehr, sehr geile Nummer, freut mich sehr, fangen damit auch schon mit, also TikTok läuft schon mal, sammeln sich ihre Aufrufe, sammeln sich ihre Abonnenten, das läuft, das machen sie sehr schön und auch sehr aktuell, auch direkt schon ein schönes neues Format hier am Start, Schwäbisch für Profis Folge 1, mit dieser Legge, mit dieser, gibt es überhaupt eine weibliche Form von Fan? Fan-In? Gibt es das überhaupt? Weiß ich gerade gar nicht, aber mit Angelika Brändle Arndt, jetzt weiß man auch unseren Namen, mit ihrem legendären Satz, kam glaube ich vom SWR damals, wurde es aufgenommen nach dem Spiel, du bist ein Bläderhund und eben dieses Ding von wegen, dann steck halt nächstes Jahr ab, diese absolute Legenden-Frau, diese Legenden-Fan, ist da, hockt da einfach da und gibt, ja, in dem waren es zwei oder drei, keine Ahnung, zwei, drei schwäbische Wörter vor, die halt VfB-Spieler nicht mit schwäbischem Hintergrund sich herleiten müssen und gucken müssen, ob sie wissen, was das denn quasi auf Hochdeutsch heißt, geiles Format, perfekt ausgewählt mit ihr, total sympathisch, das ging vor allem auch auf TikTok richtig ab, das kurze Clip davon, sehr, sehr nice, also ich habe wirklich sehr Bock auf die neue Saison, auch hier mit dem Club-Medien-Ding, hieß es ja auch, VfB Inside wird fortgeführt, alle zwei Wochen kommt es als Mini-Doku, auch über den Saisonbetrieb, mal gucken, ob es sowas ähnlich ist, wie dieses The Zone-Ding damals wurde, dieses Matchday-Feature, ob es wirklich auch was vom Spiel zeigen oder eben einfach nur, also wirklich in Anführungszeichen, nur Trainingseindrücke oder ob es wirklich was vom Spiel mitnehmen, natürlich nochmal viel geiler, aber das läuft echt an, das läuft an, das gefällt mir, was auch neu anläuft, Restart des E-Sports beim VfB, haben wir auch schon mal angesprochen, weiß eben ab 2023, 2024, dann ja einfach ein Lizenzierungskriterium ist, Start der VfB jetzt schon rein, damit man halt nicht komplett einen Kaltstart rein hat, mit alten Bekannten hier, mit Nick Luigi, Burak und so weiter, alte Bekannte, die man kennt, das wird schon laufen, in seinen Bereichen ist jetzt kein Bereich, der mich so richtig krass interessiert, der E-Sport-Bereich, aber das wird schon funktionieren, der VfB reist in die USA, während der Pause, für alle, die nicht zur WM fahren, fährt der VfB oder reist der VfB in die USA, vom 14. bis zum 21. November, Zitat hier, repräsentiert der VfB im Einklang mit der Internationalisierungsstrategie der deutschen Fußballliga DFL, die Bundesliga auf dem amerikanischen Markt, ja, ja, versucht das mal, ob das klappt, weiß ich nicht so ganz, auf jeden Fall steht bereits ein Tetsch-Spiel fest, am 19. November gegen den 1. FC Köln in Austin, Texas, also alle VfB-Fans, oder vor allem, gibt es bestimmt auch VfB für die USA, gibt es auf jeden Fall, vielleicht interessant für die Kollegen, da hinzureisen, ja, und das soll halt einfach, ne, Teambuilding, Training, Sponsoring, PR-Termine, Klassiker halt, und weil natürlich da auch viele direkt nach geschrien haben, auch durchaus richtigerweise, ergänzter VfB hier auch, der CO2-Ausstoß, der Flügel des Teams wird berechnet, und es werden freiwillig Klimaschutzprojekte des VfB-Partners, NABU, den Naturschutzbund Deutschland e.V., unterstützt, das passt, wirkt auch, also klar, der VfB wird das auch wollen, so, die werden schon ihr Go geben müssen dafür, aber wirkt schon so, als wäre es so ein bisschen auch eine Auflage hier, Internationalisierungsstrategie, fliegt in die USA, wir müssen da irgendwie gucken, dass wir den Markt auch noch irgendwie mitnehmen, auch irgendwie den Markt erobern, ja, finde ich jetzt erstmal nicht schlimm, mal gucken, was das wird, mal gucken, ob es irgendwas bringt, ob wir jetzt ein paar mehr Fans in den USA bekommen, was weiß ich, aber auf jeden Fall auch was Neues, wüsste nicht, wenn der VfB jetzt mal in den USA war, ne, so, dann ist ja auch bekannt, wir bekommen ca. 2000 weitere Stierplätze in der Kantscheller Kurve, durch eben auch diese Umbauarbeiten an der Haupttribüne, dann ab der Saison 2023, 2024, ähm, da ist mir nur neu, dass jetzt scheinbar, also, nichts Offizielles, aber auch hier über Twitter und Antworten und bla bla bla, ähm, das wird wohl am Übergang zur Haupttribüne sein, in Anlehnung an den alten A- und B-Block, also auch sehr interessant, finde ich einen guten, guten Platz für die 2000 Stehplätze, ähm, und einfach geil, ne, je mehr Stehplätze, desto besser, desto mehr Stimmung, ähm, würde ich mal als Grundregel, äh, Grundregel sagen, ähm, deswegen sehr, sehr geil, auch sehr, sehr geil, hatte ich auch in VfB News drin, da war es erstmal nur die Nominierung, jetzt ist das Ding durch, Alu Kool hat mit seinem Skorpion-Kick, äh, ja, die Trophäe des Todes Monats von der Sportschau für den August abgeräumt, sehr, sehr schönes Ding, die Überleitungen passen heute, wo ich es so gar nicht direkt geplant hatte, aber auch sehr, sehr schönes Ding, der VfB hat, ja, für mich heute, für euch gestern, ähm, das dritte Trikot endlich veröffentlicht, muss man ja sagen, das wurde ja genau so schon geleakt vor Wochen, jetzt kam es offiziell raus, ähm, schwarz und silber, hauptsächlich schwarz, und eben in silber, das Wappen, Mercedes-Benz, äh, der Sponsor drauf, und eben auch, wie auf dem Heimtrikot, eben hier, silber auf schwarz, ähm, auch die Sehenswürdigkeiten eingearbeitet ins Trikot, das ist schon auch ein wunderschönes Trikot, also richtig, richtig geil, ich fand generell VfB-Trikots in schwarz immer sehr, sehr geil, ich hatte damals von, oh, welche Saison waren das, 14, 15 war es glaube ich, hatte ich Maxim-Trikot, das schwarze Dritte- oder Aussatz-Trikot, weiß nicht was da war, aber jetzt dieses, ist nicht ganz schwarz, aber es ist dunkel, dieses Kurventrikot aus letzter Saison, und jetzt diese Saison habe ich auch das Heimtrikot geholt, ähm, und das ist halt auch brachial geil, holen werde ich es mir glaube ich erstmal nicht, vielleicht irgendwann, wenn es eben wieder dann irgendwie nach der Saison auch die Hälfte kostet, weil es ist einfach so viel Kohle, ich habe schon das Heimtrikot geholt, diese Saison reicht erstmal, auch wenn es da mit Rabattcode war für eine Dauerkarte, oder für eine Dauerkartenverlängerung, trotzdem, das ist einfach zu teuer, kannst du nicht bringen, dir alle drei Trikots zu holen, könntest du aber machen, weil der Trikotsatz ist brutal, und auch hier, ähm, ist nicht ganz auffällig, aber auch hier auf dem Auswahl-Trikot hast du auch diesen Brustring drauf, ne, der ist, der haben viele gefragt, wie, hä, kein Brustring, was ist denn das, doch, du hast ihn drauf, du erkennst ihn halt noch nicht so richtig, weil es halt ein schwarzer Brustring ist, ist glaube ich, so designmäßig, am schönsten gelöst, man muss auch für mich auch den, 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 den Brustring nicht immer 100% genau sehen, vor allem auf dem Heimtrikot ist er wichtig, von mir aus kann man da auch mal ein bisschen abweichen, was man hier auch getan hat, also man hat ja nicht abgeweicht, der ist ja drauf, aber halt nicht so sichtbar, wie er sonst ist, ähm, ich weiß nicht, wie man es sonst hätte anders lösen sollen, das, den Brustring in Silber machen, irgendwie auch scheiße, auf einmal da irgendwie Farbereime bringen mit Rot, passt irgendwie auch nicht, finde ich ganz nett gelöst so, und wie gesagt, Trikot sowieso richtig, richtig geil, unser Trikots hat es auch, das weiße Trikot mit den Sehenswürdigkeiten, oder, ja, Eigenschaften von Stuttgart, wie auch immer, einfach geil, außer das Trikot, muss einem gefallen, äh, viele, vor allem nicht VfB-Fans, fühlen es nicht so, aber weil man eben weiß, woran es angelehnt ist, einfach geil, und das dritte Trikot ist ja quasi das gleiche, wie das Heimtrikot, nur halt, ähm, schwarz-silber statt weiß-rot, und sieht auch einfach geil aus, schwarze Trikots auch immer wunderschön, clean, einfach, einfach geil, und zum Schluss hier, von der Abteilung noch, ähm, ein sehr, sehr lustiger und feierbarer Tweet, tatsächlich von der, von Deutsche Bahn Personenverkehr, vom offiziell verifizierten Bahnaccount auf Twitter, haben sie noch pünktlich vor der Bundesliga-Saison rausgeballert, Bundesliga-Vereine als Fahrgäste in der Bahn, ein Fred, ich lese den komplett durch, ist mir so egal, ist jetzt, glaube ich, in einer halben Stunde grob, ich lese den komplett durch, FC Bayern sitzt immer auf dem selben Platz, Dortmund sitzt am Anfang ganz vorn, rutscht aber immer einen hinter, Leverkusen hat immer eine Tablette dabei, gegen Übelkeit und Kopfweh und Durchfall und Bauchschmerzen, Leipzig erst vor kurzem zugestiegen, nervt aber alle mit lautstarkem Marketing-Sprech, Union bevorzugt es, selbst im leeren Zug zu stehen, Freiburg hat genug Karotten-Sticks und Reiswaffen für das ganze Abteil dabei, Köln hat eine Bluetooth-Box und wird sie benutzen, Mainz, ach, ist auch hier, gar nicht aufgefallen, hallo, also, das sind, ich finde dieses Fred so fucking gut gemacht, Alter, hätte ich von der Bahn im Leben nicht erwartet, das ist überragend, Hoffenheim fährt auf der Bahncard 100 von Papa, Mönchengladbach verweist gar nicht darauf, dass die Züge in den 70ern viel cooler waren, Frankfurt blüht richtig auf bei europaweiten Reisen, Bochum erkundigt sich regelmäßig im Bordbistro, wann es endlich eine Manta-Platte gibt, Augsburg fährt seit Jahren konstant in der ersten Klasse und alle sind ein wenig verwundert darüber, Stuttgart fährt lieber Auto, Touché, okay, Hertha fährt dieses Jahr ins Ausland, oder nächstes, übernächstes ganz sicher, Schalke kann es kaum erwarten, dieses Jahr wieder nach Lüdenscheid Nord zu fahren, Bremen, wer zur Hölle hat den Rollmops ausgepackt, ein richtig, richtig, wir kritisieren die Bahn ja oft genug, klar, für verspätete Züge kamen, keine Social-Media-Abteilung nix, aber das ist Twitter-Gold, ich finde das überragend stark, kam auch richtig gut an, habe deswegen auch retweetet, überragendes Ding über 2, 12.000 Likes mittlerweile, richtig starker Fred, sehr geil und fand ich absolut lohnenswert, das Ding hier einmal komplett durchzulesen und damit sind wir durch, mit der Episode laufen wir entspannt auf eine halbe Stunde ein, finde ich eine sehr schöne Länge, wie gesagt, oder wie immer auch gesagt, in VfB News, schaut in die anderen Videos rein natürlich, weil da noch mehr News sind, immer Bejas, der Mangala, Abgang, Fulbrich zu Dresden, Fulbrich zu Leipzig, Bundesliga-Bugnose, Stadion-Flog Leipzig, ist einiges passiert, seit der letzten VfB News-Episode und natürlich auch, wo ihr die News am schnellsten bekommt, ist meine Instagram-Story, auf Instagram kommt da gerne ran, auch da haben wir so ein bisschen eine kleine Road am Start, was die Follower angeht, da kommen echt langsam Leute ran hier, 879 gerade, da bewegen wir uns langsam wirklich auf die 1000 zu, auf YouTube bewegen wir uns auf die 5000 zu, da sind wir gerade bei 4790, also sehr gerne weiter rein supporten, gerade auch an alle, die neu am Start sind, gerne jetzt kostenlos ein Abo da lassen, bedanke mich fürs Zuschauen, hier natürlich wie immer viel mehr fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.